Äh, hola. Aus dem Studio. Ich hab ein kleines Update, eine kleine Ansage, eine kleine Sache, die ich euch sagen wollte. Und zwar, wir sind im Studio die ganze Zeit non-stop und es macht mega Spaß und wir kommen voran, Leute. Das freut mich unendlich doll, weil es hakt nicht mehr, sondern es läuft. Es läuft. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich laufe schnell. Ich laufe leider nicht ganz so schnell wie geplant, aber ich laufe. Deswegen gibt es eine kleine Situation. Wir müssen die Tour verschieben. Aber für alle, die ein Tour-Ticket gekauft haben, gibt es auf jeden Fall Ende des Jahres, ich denke so im Dezember, ein Ausfallkonzert. Dieses Verschiebungsspezialkonzert im Dezember kann mit euren Tickets, die ihr bereits für die Tour gekauft habt, benutzt werden. Und für die Tour, die dann sozusagen verschobenerweise nächstes Jahr passiert. Das heißt, eure Tickets haben Gültigkeit für zwei Konzerte. Schickt am besten eine E-Mail mit eurem abfotografierten oder abgescannten Ticket an diese E-Mail. Da bekommt ihr dann von meinem Team alle Infos, die ihr braucht für dieses Konzert. Was jetzt noch eine schale Überraschung wird und was wir gerade am Planen sind und was mega, mega geil wird. Ich bin einfach so happy, dass es jetzt alles langsam Form annimmt und dass ich langsam immer mehr Informationen mit euch teilen kann. Und dass wir sozusagen, ja, dass es immer weiter vorangeht. Und I'm sorry, dass wir es verschieben müssen, aber das Ausfallkonzert wird mega, mega geil. Wer nicht kommen möchte, muss natürlich nicht kommen. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer sagt, ich möchte weder zum Aufschiebkonzert noch zum anderen Konzert im nächsten Jahr kommen, der darf jetzt auch seine Tickets zurückgeben. Aber ich glaube, es wird richtig, richtig toll. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Ich freue mich wahnsinnig auf das Album. Es wird ganz, 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 ganz schön. Only love. Bis zum nächsten Mal.